Was geht ab Leute sehen wir uns wieder da und zwar mit dem One Piece Kapitel Review zu One Piece Kapitel 960 mit dem wunderschönen Titel Oden Kuzuki erscheint und endlich kriegen wir ihn zu sehen. Aber zuallererst springen wir mal auf die Coverpage denn Capone Gang Badge ist mittlerweile auf der Suche nach Lola in ganz Dressrosa zusammen mit seiner Bande und im Hintergrund ganz interessant sehen wir nämlich neben der legendären Kyra Statue nun auch eine Statue von Lucy aka Raffi und links ein bisschen weiter versetzt sehen wir dann noch eine Statue von Gott Lüsser während er sein komisches Gesicht macht. Ja sieht echt funny aus also das Kapitel fängt an weit weit in der Vergangenheit ohne irgendwelche Fabriken in Wano Kuni wo Wano Kuni wirklich noch ein wunderschönes Land war. Wir sehen eine junge echt knackige Otsuru wie sie mit irgendwelchen drei random people spricht und zwar über einen sogenannten Berggott. Ähm die drei Typen haben wohl irgendwie ein weißes Schwein gefangen und wollen das nun für viel viel Geld verkaufen. Wer kauft denn für viel viel Geld ein Schwein letzten Endes? Naja gut. Während des Gespräches klaut Kinemon Utsuru ein bisschen Geld aus der Brieftasche. Utsuru wird darauf wirklich böse und ich muss sagen sie ist ein wirklicher Badass denn sie reißt direkt mal Kinemon zu Boden und sagt sie würde seine Organe verkaufen wenn er damit nicht langsam mal aufhören würde. Die drei random Dudes die wir in Utsurus Bar gesehen haben, ist das eine Bar? Ja ich glaube das ist eine Bar, ähm verschwinden mittlerweile und dann skippt das ganze ein bisschen weiter nach vorne und wir sehen wie Kinemon die drei Dudes angegriffen hat und sie fertig gemacht hat also war er wohl damals schon recht stark. Warum auch immer hatte er nur noch einen Ländenschutz an? Frag mich nicht, vorher hatte er noch normale Klamotten an? Kein Plan was Utsuru und Kinemon da getrieben haben? Bunga Bunga. Auf jeden Fall schnappt er sich nämlich das Schweinchen, denn er hat auch das Gespräch mit gehört, dass das Schwein wohl etwas Geld wert sein soll und da er einfach grundlegend immer pleite ist, weil sein großer Bruder immer am zocken ist im Casino, braucht er halt ganz ganz dringend Geld. Die Szene wechselt rüber zum Schloss von Wano Kuni, wo der Shogun, also Odens Vater, mit irgend so einem random Dude einfach sich unterhält und zwar geht es in dem ganzen Gespräch um Oden und was für ein Badass er eigentlich ist. Oden hat wohl schon 38 Mal versucht nämlich Wano Kuni zu verlassen. Und dann kriegen wir so eine komplette Historie was Oden so alles in seinem Leben schon komisches getan hat und zwar als er ein Jahr alt war warf er wohl seine Amme durch den Raum. Mit 2 Jahren war er wohl schon schnell genug um 2 Hasen gleichzeitig zu jagen? Ok. Mit 4 hat er wohl einen Bären besiegt, indem er einen Felsbrocken auf ihn geworfen hat? Mit 6 ging er dann wohl ins Rotlichtmilieu und machte die Kassen des Schlosses leer? Das wird langsam echt ein bisschen krank, muss ich sagen. Was hat ein kleiner 6 Jähriger im Rotlichtmilieu zu suchen und was kauft er da wohl? Na gut. Mit 8 Jahren hatte er einen Kampf mit so kleinen Casino-Opfern, die zu viel Geld einfach verzockt haben als er betrunken war. Mit 6 im Rotlichtmilieu mit 8 betrunken. Mit 9 Jahren kam er auf die Blacklist der Yakuza und er bekam ein Verbot jegliches Casino von ihnen zu betreten. Aus Rache zündete er die Casinos an und begann einen Kampf mit der Yakuza, wurde daraufhin verhaftet und das ganze auch schon mit 10 Jahren. Mit 6 Vögelte er sich durch Wano Kuni, mit 8 seufte er sich durch Wano Kuni und mit 10 Jahren landete er schließlich in Wano Kunis Knast. Die Geschichte von Noten läuft. Muss man einfach so sagen. Als Gefangener musste er dann in den Steinbrüchen von Wano Kuni arbeiten und es zeigte sich dort dass er extrem gut dabei ist die Steine zu bearbeiten und so wurde er relativ schnell der Boss des Steinbrüches. Danach sollte er sich wohl sein Verhalten verbessert haben, denn als er hörte, dass viele Leute in Wano Kuni eine Dürre droht, baute er irgendwie einen Fluss um, möglicherweise hat er den Fluss einfach in irgendeiner Form umgelenkt, damit die Leute wieder Wasser haben. War ja ziemlich gut gemeint, nur wahrscheinlich schlecht gemacht, denn Oden hat es damit geschafft einige große Teile einfach zu überfluten. Naja, aber Oden ist ja clever, wenn man schon mit 6 ins Rotichmilieu geht und mit 8 seuf und mit 10 im Knast landet, hat das ganze genutzt und wollte so von Wano Kuni flüchten mit seinem neu gebauten Fluss. Leider schlug das fehl, denn der Dude sagte am Anfang schon mal, ja Oden ist wohl nicht gerade der größte aller Navigatoren. Mit 15 Jahren drohte er einem Hohepriester eines Tempels, so dass Oden dort Unterschlupf fand. Jede Nacht schliche sich in die Hauptstadt, holte sich ein Weib und machte ein bisschen Bunga Bunga, bis er schließlich seinen kleinen eigenen Harem hatte. Zu blöd nur, die Ehemänner, Lover der Frauen und auch die Familien der Frauen haben irgendwie Wind davon bekommen und wollten dann Oden Kuzuki schnell mal vernichten. Aber Oden Kuzuki wäre nicht Oden Kuzuki, hätte er sie nicht alle platt gemacht, diese Badass. Scheinbar war auch der Hiogoro-Clan möglicherweise auch Hiyo selber in diesem Kampf mit beteiligt. Heißt, Oden war mit 15 schon möglicherweise so stark wie Hiogoro mit seinen weiß nicht wie vielen Jahren. Interessant. Naja, diese Schlacht ging auf jeden Fall in die Geschichtsbücher von Wano Kuni ein unter den Namen der Haremkrieg. Nach den Erzählungen macht auch Oden heute noch Ärger, naja, auf jeden Fall als sein Vater das ganze Sache hört, hat er einfach wirklich keinen Bock mehr drauf. Er gab dem Dude einen Zettel und dieser Dude sollte Oden den Zettel weiterreichen. Auf dem Zettel stand Verstoßen, also hat der wunderbare Vater wie er nun mal ist, einfach mal seinen eigenen Sohn verstoßen, aufgrund der Taten die er getan hat. Möglicherweise war da irgendwie was mit der Erziehung falsch, du bist selber schuld und dann verstoßt du ihn auch noch? Come on, really. Kinemon wird währenddessen von irgendwelchen Schuldeintreibern gejagt, wahrscheinlich aufgrund den Schulden seines Bruders. Hiogoro will Kinemon nämlich schnappen lassen, aber er sagt, hey seid vorsichtig, dieser Kinemon Dude, der ist really, really strong. So, die Szene switcht in die Hauptstadt und wir sehen einen Jungen, der einen Verkäufer austrickst und so in irgendeiner Form einen größeren Topf bekommt, was auch immer er jetzt mit einem größeren Topf will. Und dieser Junge ist niemand anderes als der schon lang verschollene oder gesuchte Denjiro. Vom Aussehen her, ja, ähnelt er schon ein wenig Scobacabane, wobei Scobacabane ein mehr spitzes Gesicht hat und dieser Junge eher mehr so einen runden Wasserschädel hat, aber ich meine, im Alter kann sich das Ganze ja noch ein bisschen umformen. Auf jeden Fall ist interessant, der Denjiro hat nämlich so eine dünne schwarze Brille, ähnlich die Brille, die auch Scobacabane anhat. Ist jetzt halt natürlich die Frage, ob er das wirklich ist, denn es gibt ja auch immer noch die andere Alternative, dass es sich hierbei nämlich um Koshiro handelt. So diese ganze Art, so dieses lange Schlagsige, auch mit dem Gesicht und so und auch die Frisur passt dann doch eher mehr zu Koshiro. Möglicherweise hat er irgendwann einfach diese schwarze, coole Sonnenbrille gegen eine normale Brille eingetauscht, als er eben älter und reifer geworden ist. Auch interessant an der Sache ist, Denjiro trägt nämlich ein Schwert auf dem Rücken. Und dieses Schwert sieht vom Griff her aus, ja, schon relativ ähnlich dem Wado Eji Monji. Auch ist das Schwert, naja, zumindest mal im Manga eben weiß. Wer weiß, was da letzten Endes bei rumkommt. Aber es könnte sich dabei wirklich um das Wado Eji Monji handeln und das würde endlich mal beweisen, dass Denjiro niemand anders ist als Koshiro. Heißt aber dann auch gleichzeitig, dass einer der roten Schwertscheiden fehlt. Möglicherweise, das ist jetzt mal nur eine reine Spekulation, ist Koshiro irgendwann nach den ganzen Sachen abgehauen, hat dann irgendwann Zoro kennengelernt, wollte eigentlich zurück nach Wano Kuni, hat aber gesehen, dass in Zoro womöglich mehr Potenzial steckt. Oder es gibt möglicherweise eine weitere Prophezeiung, die sozusagen Zoro prophezeit. Und deswegen hat er Zoro eben trainiert und ihn auf seine Reise geschickt, weil er wusste, das Schicksal trägt Zoro irgendwann nach Wano Kuni. Möglicherweise ist er dieser Auserwählte, der Wano Kuni retten wird. Und das wäre doch schon recht interessant, muss man sagen. Es gibt aber auch noch eine dritte Alternative, wer Denjiro sein könnte. Und zwar, damals als Whitebeard gestorben ist, haben wir so einen Typen gesehen, der kurz über Whitebeard gesprochen hat. Und dieser hatte so eine Glatze, ein Tattoo hier auf dem Kopf und auch so eine schwarze dünne Brille. Viele hatten so die Theorie, dass er sich dabei möglicherweise um Skopagaban halten könnte. Gehen wir aber dann mal davon aus, dass es sich dabei nicht um Skopagaban handelt und Skopagaban wirklich überhaupt nichts mit Wano Kuni zu tun hat, könnte dieser Dude auch einfach Denjiro sein. Das heißt, er war der erste von den neuen Red Scabbers, die wir eigentlich gesehen haben. Nur damals wussten wir halt noch nicht, dass die halt eben existieren. Und der Typ könnte dann noch in Wano Kuni letzten Endes auftauchen als der wirkliche Denjiro, möglicherweise auch als der Witching Hourball. Wir kommen dann an eine Szene in einem Krematorium, wo eine Familie ihren Großvater momentan Feuer bestatten lassen möchte. Kleines Problem an der Sache ist auch hier mal wieder Oden Kutsuki, denn er hat einfach nichts Besseres zu tun, als auf der Leiche, auf der brennenden Leiche einen Topf voll Oden zu kochen und den dann zu verspachteln und ein bisschen was zu saufen. Mit dem Typen ist wirklich irgendwas kaputt. Ich meine, ich hatte echt so lange dieses Gefühl so, oh ja, Oden, das könnte mehr so ein Bodenständiger sein, der so die ganze Gruppe von den verrückten Roger Piraten so ein bisschen zusammengehalten hat und er könnte weise sein und wirklich relativ ruhig eigentlich und so ganz gelassen und intelligent. Und jetzt stellt sich heraus, dass irgend so ein, ich weiß auch nicht so ganz, was ich von halten soll, muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich meine, okay, dass er ein Badass ist, damit kann ich leben. Badasses sind cool. Aber dass er halt schon Badass war, wo er ein Jahr alt war, das ist so ein bisschen schwer zu verdauen, muss man sagen. Auf jeden Fall kriegen wir auch endlich Oden, nehme ich mal wirklich, zu Gesicht und er sieht auch leicht Badass-mäßig aus mit so, ja, er ist relativ kräftig, aber nicht zu muskulös, relativ groß und wuchtig und hat halt einfach so diese, diese gewisse Badass-Ausstrahlung. Deswegen fliegen auch die Frauen ziemlich auf ihn, die finden ihn alle sogar so, oh, er ist so männlich, oh, geil. Ähm, ja, gut. Hm, auf jeden Fall, ähm, sagte dann zu der Leiche, Das nächste Mal, wenn wir trinken, ist es, wenn wir beide tot sind. Ähm, damit wollte Oden wohl in irgendeiner Form seinen Respekt vor dem Toten zeigen. Ja, eine etwas krasse Variante, wie ich finde. Und auch seine Familie ist nicht so besonders beeindruckt, bis auf die Frauen, wie gesagt, die ziehen sich gleich aus, ihr Höschen da, wenn sie Oden nur sehen. Ähm, gut, ist so eine Sache. Auf jeden Fall erklingt ein Notsignal in Wano Kuni und Oden fragt, was ist denn da jetzt los? Es ist doch gar kein Feuer da. Und scheinbar ist es so, dass dieses kleine Schwein, das jetzt in Wano Kuni ist, was Kinema momentan im Besitz hat, das Kind eines sogenannten Bergegottes ist. Und dieser Berggott erweist sich als ein riesiger Eber. Und wenn ich sage riesig, dann ist es wohl wirklich so groß wie ein Berg. Ein Schwein, das so groß ist wie ein Berg. Wano Kuni wird irgendwie immer komischer. Naja, auf jeden Fall, dieses Riesenschwein ist straight up nach Wano Kuni. Alle haben natürlich Schiss und Panik, denn das Ding könnte einfach mal kurz Wano Kuni platt machen. Wäre es denn eigentlich so groß wie Sunisha? Nee, ich glaube, Sunisha ist noch ein bisschen größer, also auf jeden Fall höher. Mit seinem ewig langen Bein. Ja, aber auf jeden Fall, es ist ein gewaltiges Viech. Oden Kuzuki stellt sich davor und sagt zu Kinemon und zu Denjiro, hey, gib mal das Schwein her. Wahrscheinlich ist sein Plan, in irgendeiner Form dieses Riesenschwein aufzuhalten. Und wie wir Oden Kuzuki, diesen Badass kennen, der einfach mal mit einem Jahr seine Arme durch die Gegend wirft, packt er sich das Schwein am Rüssel. Am Schwein Rüssel? Ja, ich glaube, das heißt Rüssel beim Schwein. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst. Und wird das Ding einfach irgendwo durch die Gegend schleidern. Deswegen haben wir auch in Wano Kuni bisher nie was von dem Riesenschwein gehört. Auf jeden Fall war das das Kapitel. Oden Kuzuki, der Badass schlechthin, aber mit einer komischen Erziehung. Ich glaube, da hätten ein paar Therapiestunden echt mal gut geholfen. Das erklärt auch, wieso Momonosuke so ein perverser Drecksack ist. Hm. Ja, das macht doch Sinn. Oh Mann, die arme Toki, tut mir leid. Und hoffentlich hat Hiyori nicht zu viel davon abbekommen. Heißt es dann, dass Momonosuke auch in Zukunft saufen wird? Und dass er ein Harem gründet mit, oh Gott, das will ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall war das das Kapitel. Ein sehr interessantes Kapitel, muss man sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch zumindest gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, was ihr tun müsst. Einmal einfach unten in die Kommentare schreiben. Dann gibt es da so einen gewissen Knopf, der nennt sich Daumen nach oben. Den einmal drücken. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, mehr davon sehen wollt und mehr über den Badass Oden Kuzuki erfahren möchtet, dann klickt einmal auf den Abo-Button. Vielleicht macht er ja auch ein kleines Geräusch dabei. Ah, Oden. Ah, Oden. Wer weiß. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis zum nächsten Video. Wir machen das jetzt ganz ruhig und relaxed im Gegensatz zu Oden. Viel Spaß, haut rein und passt auf eure Kinder auf. Ciao.